Hi, mein Name ist Hendrik Beulen, ich bin Physician Assistant und ich bin Gründer der PA Akademie. Bei der PA Akademie bieten wir Fortbildungen speziell für Physician Assistants an. Wir kennen ganz klar unsere Zielgruppe und richten dementsprechend unsere Fortbildungen aus. Mit dem Wissen aus den Kursen und auch den Zertifikaten legen wir den Grundstein für eine weitreichende Delegation im innerklinischen Alltag. Das Besondere an unserem Kurs ist die enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Die Kursteilnehmer lernen die Ultraschallbilder aus dem Kopf auf Papier zu zeichnen. Das erhöht extrem den Memory-Effekt und sorgt dafür, dass man sich im Ultraschallbild in nahezu jeder Lage beim Patienten wieder orientieren kann. und Strukturen wieder erkennt. Besonders gut in den letzten zwei Tagen hat mir gefallen, dass man so viel Kontakt zu anderen PAs hatte und auch verschiedene Berufsbilder kennengelernt hat, in denen die PAs arbeiten. Genauso fand ich die Atmosphäre die ganze Zeit über sehr angenehm und sehr locker. Und ja, ich würde den Kurs jederzeit wieder machen. Und ja, ich würde den Kurs jederzeit haben, Vielen Dank.